Und das letzte Gremium, was ich mal vorstellen will, ist nämlich das Neueste, der Bioökonomierad. Der ist vor ungefähr einem Jahr von Annette Schawan und Ilse Aigner ins Leben gerufen worden. Und der soll sich jetzt nicht mit den Niederungen der konkreten Felder, sondern mit der langfristigen Innovationsstrategie beschäftigen. Der soll also den Entwurf machen dafür, wie es langfristig mit der Agrogentechnik weitergehen soll. Der hat inzwischen den Sprung in die Koalitionsvereinbarung geschafft. Und auch dort steht jetzt drin, dieses Gremium soll halt die langfristige Strategie festlegen. Wir können uns also darauf einrichten, in den nächsten Wochen und Monaten von diesem Gremium Expertise um die Ohren gehauen zu kriegen von unabhängigen Wissenschaftlern, die alle in kritischste Analyse herausfinden werden. Wir brauchen unbedingt diese Technik. Und damit man sich schon mal einen Vorgeschmack machen kann, wie dieses unabhängige Gremium wohl so entscheiden wird, hier die komplette Personenliste dieses neuesten Gremiums der Agrogentechnik. Wer irgendeine auch nur neutrale Person da findet, hat gewonnen. Also ich finde, diese Liste ist an Dreistigkeit schlecht zu übertreffen. Da ist nicht mal mehr ein Quotenkritiker oder so drin. Das sind alles die Nutznießer und die Klaköre der Agrogentechnik versammelt. Im September 2008 schrieb ich einen Brief an das BVL bezüglich dieses Gengärstenfeldes. Guten Tag! Sie sind ja die Genehmigungsbehörde für dieses Gengärstenfeld. Sie haben sicherlich eine Akte über das Gengärstenfeld da. Ja, die hätte ich mir gern mal angeguckt. Nun haben die wahrscheinlich überlegt, was das denn für eins? Es gibt Menschen in Deutschland? So, so. Naja, was kriege ich dich wohl als Brief zurück? Ne, das geht nicht. Nun ist das allerdings etwas problematisch, denn es gibt da ein Gesetz. Das sollte man kennen. Das heißt Umweltinformationsgesetz. Nach diesem Gesetz hat jeder Mensch das Recht, ohne Angabe von Gründen, man muss also nicht betroffen sein oder so etwas, jede umweltrelevante Akte, die es gibt beim Staat oder die halt beim, wo der Staat irgendwie beteiligt ist, einfach anzugucken. Man kann da also einfach hingehen und sagen, guten Tag, geben Sie mal die Akte. Also eigentlich müssten wir die Genehmigungsakte geben. Aber das tun Sie natürlich nicht. Also, da es aber eine gesetzliche Grundlage gibt, es gibt übrigens dasselbe inzwischen auch als Verbraucherinformationsgesetz, also auch über Arzneimittel- und Lebensmittelrecht, kann man sich alle Informationen, Kreisgesundheitsämter, man kann da einfach immer reingehen. Eigentlich. Nun lehnten die das ab und ich zog vor das Verwaltungsgericht Braunschweig und klagte gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ich hätte gern die Akte von diesem Gengärstefeld. Nun guckten sich wahrscheinlich erstmals dieses Gesetz an. Oh, hoppla, gibt es ja wirklich Umweltinformationsgesetz. Was machen wir denn jetzt? Und fanden da ein paar Grafen, darauf bezogen sich dann tatsächlich später, fanden ein paar Grafen, dass man in absoluten Ausnahmefällen doch mal, vielleicht wenn die Hütte abbrennt oder so, doch mal die Akteneinsicht verweigern kann. Und schrieben dann an dieses Verwaltungsgericht, dass sie tatsächlich der Meinung sind, sie wollen grundsätzlich und immer diese Akteneinsicht verweigern und dafür hätten sie auch gute Gründe. Und die kann man sich jetzt hier angucken. Das ist jetzt der Brief des BVL an das Verwaltungsgericht. Der erste Grund, warum sie finden, dass ausgerechnet sie, das Bundesamt für Verbraucherschutz, sich an Verbraucherrechte nicht halten muss, war, dass sie total überlastet seien. Sie wollen ständig Anrufe kriegen, könnten das leider gar nicht alles bearbeiten. Ständig klingelt das Telefon, nämlich 24 Mal im Jahr 2008. Das ist natürlich ganz schön krass hochgerechnet auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Anruf alle zehn Jahre, also das ist ja kaum zu bewältigen. Und als zweites fanden sie dann noch die Variante, dass ihr großes Haus leider zu klein ist. Es gäbe da keine Möglichkeit für mich einen Stuhl und eine Tischecke zu benutzen, um einen Aktenordner dort aufschlagen zu können. Also diesen Unsinn erzählten sie dem Verwaltungsgericht und wollten damit durchsetzen, dass sie mit Verbraucherschutzrechten nichts zu tun hatten. Nun sind Verwaltungsgerichte häufig geneigt, den Behördenrecht zu geben, fanden dann aber wohl, das geht so nicht gut. Spätestens auf EU-Ebene. Also wenn man schon Verbraucher hat, dann wenigstens mit ein bisschen Intelligenz. Ich hatte erzählt von dem Auskreuzungsverhalten von solchen Pflanzen. Der Reis, die Leinsaat, die es weltweit überall hingeschafft hat. Das wissen die auch. Kann es sein, dass die Felder anlegen, damit es sich auskreuzt? Denn schließlich ist das doch sehr verlockend. Bei der Atomkraft, das ist ja einer der Unterschiede, es gibt auch andere Unterschiede, das wirkt dann wie die Atomkraft schrecklicher. Ich will das nicht in der Reihenfolge tun, das bringt ja auch nichts. Wenn ein Atomkraftwerk kaputt geht, ist das üblicherweise für den Betreiber irgendwie auch scheiße. Als Krümmel kaputt ging, hatte Vattenfall richtig viel Ärger. Ja gut, kann man natürlich diskutieren, ob eine deutsche Firma gleich viel Ärger gekriegt hätte, aber war erstmal so. Der Super-GAU in der Gentechnik ist der Traum der Konzerne. Wenn das Zeug überall auskreuzt, ist die Debatte um Gentechnik beendet. Gentechnikfreiheit, für Gentechnikfreiheit zu kämpfen, ist genau so lange sinnvoll, wie es die Gentechnikfreiheit noch gibt. Und wenn ein solch kleines Feld reicht, um weltweit alles zu verseuchen, dann muss ich solche kleinen Felder anlegen. Möglichst viele kleine Felder mit unterschiedlichen Pflanzen, damit es schnell geht. Das kann man nicht beweisen. Aber für diesen zweiten Grund gibt es einen Indiz. Wäre ich ein Gentechnik-Befürworter und würde mir das überlegen, dann würde ich mir vielleicht noch denken, das dauert mir alles so lange, am Ende noch acht Jahre oder sowas, wie lange soll ich davon leben? Meine Yacht bezahlen, oder weiß ich. Kann man das irgendwie beschleunigen? Dann käme mir fraglos eine Idee. Wo muss man die Felder hinstellen, damit es das gentechnikfreie Saatgut möglichst schnell nicht mehr gibt? Es gibt Saatgutbanken. Orte, an denen das Saatgut sortenrein erhalten werden soll. Es gibt ja tausende von Weizensorten zum Beispiel. Die kann man jetzt nicht, damit sie erhalten bleiben. Die Landwirtschaft benutzt sie nicht mehr, also bei weitem nicht mehr. Es heißt, um diese Sortenvielfalt zu erhalten, muss man die in Saatgutbanken anbauen. Man kann die auch nicht einfach in eine Schublade tun und dann da liegen lassen, bis man sie mal braucht, weil die bleibt nur einige Zeit keimfähig. Da muss man sie wieder auspflanzen, neu ernten, wieder reintun. Das tun diese Saatgutbanken. Wir haben also eine Vielzahl kleinster Felder nebeneinander. Und bleibe ich mal beim Weizen, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich will dieses Ganze, ich will möglichst schnell, dass aller Weizen gentechnisch verunreinigt ist, würde ich mir denken, daneben mache ich mein Weizenfeld mit gentechnisch veränderten Weizen. Oder umgekehrt betrachtet, aus der Brille von Leuten, die Gentechnikfreiheit, die Wahlfreiheit weiter wollen, wäre es der Horror, wenn ausgerechnet neben den Saatgutbanken Genfelder angelegt werden. Und dann auch noch mit genau den passenden Arten. Jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Es gibt fünf solcher Saatgutbanken in Deutschland und bei vieren passierte das Gleiche. Die größte ist in Gartasleben, Saatgutbanken für Getreide und Hülsenfrüchte. Und wo waren in den letzten Jahren die Felder mit gentechnisch veränderten Erbsen und mit gentechnisch veränderten Weizen? Auf dem gleichen Grundstück in Gartasleben. Wir haben eine Saatgutbank für Ölpflanzen in Malchow, das in Mecklenburg-Vorpommern. Und daneben Felder mit gentechnisch verändertem Raps. Wir haben eine Saatgutbank für Obstbäume in Dresden-Pillnitz. Und wo standen die gentechnisch veränderten Apfelbäume? Auf dem gleichen Grundstück in Dresden-Pillnitz. Standen, muss man sagen, weil sie sind im letzten Frühjahr von unbekannten Leuten komplett alle abgesägt worden. Ilse Aigner hat im Fernsehen gesagt, sie hätte geheult, als sie das gesehen hat. Soweit also, was sie wichtig findet im Leben. Und es gibt eine Saatgutbank für Kartoffelsorten in Groß-Lüsewitz. Und Groß-Lüsewitz ist da, wo das Agrobiotechnikum steht. Und wer sich noch erinnern kann, welches war die häufigste gentechnisch veränderte Pflanze, die da angebaut wird? Die Kartoffel. Neben allen Saatgutbanken, also genau die dazu passend gentechnisch veränderte Pflanze. Gibt es hier irgendjemand, der die für so doof erklären will, dass die das aus Versehen gemacht haben? Ich fürchte, es bleibt kein anderes Erklärungsmodell übrig, als dass sie es ganz, ganz absichtlich machen.